Was geht ab, Leute? Der Pandas ist euch back am Start mit einem brandneuen Live-Kommentary und wir spielen heute immer Black Ops 3, man glaubt es kaum. Mit dabei sind... Jamoin. Der Boss. Der Boss. Oh mein Gott. Jamoin. Oh Gott, ich bin der beste Mensch der Welt. Du hast ohne Scheiß einen Kill gemacht. Dafür sind... Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen, aber ich dachte schon... Irgendwie hätte ich das richtig verkackt, Alter. So, erstmal hier die MLG-Nate. Die sind da eh gleich wieder. Alter, er hat Granatwerfer. Oh mein Gott, ich bin verwirrt des Todes. Ich snipe übrigens auf 3. Echt? Weil... Jaja, weil die Beschleunigung so krass ist. Wieso hab ich eigentlich 0 Abschuss-Totquote? Bin grad eigentlich gestorben. Ja? Ja? Ja. Hast du auch den Bug? Geil. Ich bin halt die Wand da runtergeflogen, weil ich den Gegner halt no-scopen wollte und er hat mich angeblich angekillt. Okay, wir machen hier das Sniper-Battle. Aim-Brot spielt eher wie ein Brot. Ich spiel wie so'n Blinder-Panda. Wie so'n... Eben, ich spiel ich. Okay, so ohne Spaß. Ich spiel... Ohne Spaß. Wenn ihr euch vorstellt, ein Dreijähriger nimmt die Beine über Kreuz und spielt mit dem linken Zeh. Ohohohohohoho, so ohne weiter spielen mit dem Sniper. Oh mein Gott, da kommen so und ich hitel halt nichts. Ich hab Kontra Drohnen, Leute. Mit Sniper. Schön. Sniper! Uh! Und... Ja Overkill! Wir waschen den Netz nicht weg. Ja, Overkill, das sind ja die größten Hände. Halt der Maul. Wallbang, komm her. Okay, lass es. Wallbang, bitte. Warum nicht? Ah, stimmt. Bin da nicht. So, da oben wieder. Komm her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, einer ist da hinten im Todes-Kopf-Clish. Wir werden schreien bei der A-Bomber. Die sind, glaube ich, alle bei der A-Bomber. Ich plante bei B. Wo ist der Typ denn? Ach, die sind alle drin, ne? Moin. Ich werde eh hoffentlich einen Sterben brauchen. Nein! Jawohl, ich habe noch geplantet. Jawohl. Ich will auf ihn schießen. Auf einmal zieht er noch zurück mit der Scheiß-Sniper. Ich hätte ihm gegeben. Gamebrot aimed. Und... Klick. Sogar Dragscope, Alter. Heftig, Scheiße. Ja, auf 3 Empfindigkeit ist es auch halbwegs... Halbwegs möglich, ne? Halbwegs möglich, ne? Ach, schon zu Ende. Schon zu Ende, ja. Nice. Schade, weiter. Zweite Runde. Wo ist der Dickweg? Zwei und halb. Ich habe 4-0. Ich bin der beste Sniper der Welt. Okay. Okay. Leckst, ich habe jetzt einfach in die Ecke. Danke. Ich glaube, das Einzige, was ich in diesem Kommentar sage, dass ich der Beste bin. So. Ja, kann ich nur bestätigen, dass ich der Beste bin. Hier, schon der Dragscope. Ja, wunderbar. Hast du jetzt Empfindigkeit 3, wenn das klappt, oder was? Ja, 19 habe ich jetzt angestellt. Was ich gemerkt habe, ist das der Hardscope-Glitch. Nein. Go. Let's go, das Boot. 25 Punkte vor Drohne. Ich bin 325 Punkte vor Drohne, bitch. Please, Alter. Da ist einer drin. Hab den. Oh Mann, oh. Oh mein Gott. Ich habe ihn gequickscoped. Was ist mit mir los? Vielleicht ist noch einer im Spawn. In der S&D ist die, finde ich gar nicht so hoch. Oh Mann. Hier hat es wirklich so, hier voll hat es wirklich Flügel. Pass auf, siehst du das? Er fliegt. Und jetzt Scuff. Springen. Also wenn das nicht der Todes- der Todes-Camp-Spot ist, Alter. Dann weiß ich auch nicht. Er sitzt einfach in der Ecke. Ich meine, bis jetzt haben wir alles gewonnen. Zweite Runde. Sechste Runde gewonnen hintereinander. Komm, ich will jetzt Hartscope. Kommt raus, ihr Schlingel. Ja, meiner. Assist, du Wichser. Hups. Einer hat ein Mistake gemacht, der ist irgendwo runtergefallen. Nice. Wir haben die besten Gegner in der Welt. Er hat noch vom Quickscope gekriegt. Er hat noch vom Quickscope gekriegt, ne? Das Haus rein. Oh mein Gott. Oh. Der Boss. Oh, der Boss, Alter. Du führst wieder mit einem Kill, Mann. Das liegt einfach an der Camo. Vorher hatte ich nicht die Camo drauf. Da hab ich nur verkackt. Jetzt hab ich die Camo. Ich bin einfach ein Biest. Sie ist trotzdem hässlich. Mensch jetzt. Schwarz. Mann. Ich bin hundertprozentig da oben, Alter. Bis jetzt kommt immer einer. Jetzt kommt keiner mehr, Mann. Okay, regelt wieder. Ja noch. Die Nate. Er macht den da, weil ich will. Von wo? Ich bin angeschossen. Oh, ich hab ein Sichtpuls, Mann. Idiot. Nein. Onspot B. Und noch einer. Oh Gott, er killt ihn nicht so ernsthaft. Wie eklig. Wie eklig. Und er kriegt nichts mit. Ist er schon tot, ne? Oh shit. Ab weiter. Moin. Er hardscropt mich weg. Wiebel vorsichtig mit der Sniper die ganze Zeit. Sie bewegt sich kein Stück, Alter. Sie guckt einfach nur die ganze Zeit dahin, ey. Ich find das nice, dass der Timer ist. Ich hab 0-0, obwohl ich zweimal gestorben bin. Ja, Mann. Ich hab 0-0, obwohl ich zweimal gestorben bin. So, jetzt komm. Und man kann übrigens nicht springen, wenn man das Scoreboard aufhört. Echt nicht? Nein. Okay, sie sitzt da hinten immer noch. Sie ist live und da. Hat sie dich? BTF! Hä? Links bei dir ist, Alter. Die bewegt sich kein Stück. Glück, Alter. Sie ist über dir. Ah, nein, Alter. Ja, da kommt jetzt Onspot, denke ich. Ah, da hinten. Alles klar. One burst. Ich gebe mir so den kranken Quickstop. Ja, mit Pistel, das zählt ja nicht. Ich regle ihr einfach. Ja, nein, mach mal ruhig. Mach's Ace. Na, renn. Nein, ich wollte es holen. Auch Leiboxi, ey. Ich boxe sie, ey. Man schlägt keine Frauen. Und Energy Red Bull Rage kürtet. Weil er sich die Killcam nicht antun will, wie du Frauen schlägst. Guck mal. Eine, mene, Mistel. Schön die Halo-Animation übrigens. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch hier eine Bewertung da. Wir haben das Ace in drei Spielen gemacht, um genau zu sein. Schönes 12-0. Weil ich nicht richtig gerechnet habe, ja. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Oakley hat es auf jeden Fall noch nicht verdient. Der hat noch kein einziges Video gemacht. Aber der wird demnächst Videos bringen. Und dann schon fertig. Einfach vorbeischauen. Also, alle mich abonnieren. Danke. Hau rein. Letzte Worte. Abonnieren mich. Tschau, Jungs. Gott.